Willkommen zu diesem neuen Video auf dem Kanal. Ich habe hier in den letzten Videos einmal hier dieses Haus höher gebaut und ich möchte es einfach unfassbar hoch bauen und ich würde sagen, es geht direkt mal weiter. Ich habe eben schon hier Material eingesammelt. Ich möchte es einfach wahnsinnig hoch bauen und schauen wie hoch das geht und einfach in die Höhe bauen. Schreibt doch gerne in die Kommentare, ob ihr auch Minecraft spielt oder ob ihr was anderes spielt. Das würde mich mal interessieren. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt hier direkt einmal hoch. So, direkt einmal hoch und dann geht es direkt weiter mit dem Bau. So, jetzt bin ich gleich hier oben. Zack, zack, zack. Okay, jetzt bin ich einmal oben. Hier werde ich jetzt einmal kurz hier schon so eine kleine Treppe bauen praktisch. Die brauche ich noch nicht, aber brauche ich ja später halt. So, hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das war wieder knapp. Okay, dann einmal hier weiter bauen. Ich habe so viel gesagt, ich muss mal safen, falls ich da wieder runter fliege oder so, dass dann nichts passiert. So, okay. Also, dass ich jetzt nicht so viel verliere, wenn da was passiert. Okay, ich würde sagen, ich glaube noch eins muss ich. Noch eins höher, glaube ich. Und dann baue ich direkt die Treppe drauf. Schreibt doch gerne in die Kommentare, ob ihr auch Minecraft spielt und ob ihr irgendwelche Tipps habt, wie ich meine Fähigkeiten verbessern kann. Und ich habe eben versucht, jetzt so eine Spitzhacke herzustellen. Aber das hat immer nicht funktioniert. Ich weiß nicht, wie ich das machen kann. Ähm, ja. Weiß ich nicht. Vielleicht kann mir das nochmal jemand in die Kommentare schreiben. Wie genau, weil ich habe da jetzt so eine Anleitung gefunden, aber keine Ahnung, funktioniert irgendwie nicht. Ich weiß nicht, warum. Das muss hier wieder auf, damit ich halt hier hoch kann. Ich habe es ganz vergessen. Hä? Was ist das denn? Ne, das ist irgendwas falsch. So. Und das kommt wieder hin. Okay, jetzt stimmt. So. Dann mache ich direkt die nächste Etage. Zack. Boah, ich bin schon so wahnsinnig hoch. So. Zack. Zack. Zack, zack. So. Dann muss ich einmal nochmal das Material hier holen. Ähm, ups. So. Okay. Dann geht es einmal weiter direkt. Zack. Zack, 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 zack. So. Dann nochmal höher. Weiß ich gar nicht mehr in den Boden. Beide bin ich ja schon über den Wolken. Gar nicht mehr so weit bis zu den Wolken. Dann, uh. Dann habe ich es glaube ich geschafft. Kann ich mir vielleicht irgendwie ein Schwimmbad unten bauen, dass es mir dann nichts passiert, wenn ich da runter fliege? Geht das irgendwie? Weiß ich nicht. Wäre mal interessant zu wissen. So, zack. Ah ne, das muss wieder auf. Und dann baue ich einmal hier wieder meine Treppe nach oben. So. Zack, zack. Und dann direkt die nächste Etage. Okay, dann hole ich einmal hier noch die... Oh, ich habe gar keine Materialien mehr. Okay. Dann, Leute, dann muss ich einmal noch hier runter wieder. Und baue neu ab. Einmal hier runter. Zack, 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 zack. Boah, es ist dunkel. Okay, hier mit unten. Soll aber lange dauert. So. Jetzt gehe ich nochmal kurz zurück. Hole ein bisschen Material. Und dann gehe ich direkt wieder hoch und baue direkt weiter. So. Gehe ich bis hinten hin. Jetzt habe ich schon alles abgebaut. Hier diese ganze Reihe. So. Okay. Ich würde sagen, ich baue jetzt wieder so 40 oder so ab. Ich will jetzt nicht zu viel abbauen, sonst dauert das halt zu lange. Und das ist dann langweilig für euch, wenn ich das ewig abbaue. Deswegen werde ich mich zwar beeilen. Ähm, ja. So. Okay. Wie viel habe ich jetzt? Das habe ich 30 gleich. So. Eins nach dem anderen abbauen. Zack. Dann noch hier einmal. Ups. Hier sehe ich gerade, das muss wieder zugemacht werden. Das mache ich wieder zu. Und dann baue ich einmal noch das hier ab. Ich glaube, ich würde sogar sagen, dass es jetzt reicht. Ich glaube, ich gehe jetzt mal zurück. Ich glaube, ich gehe jetzt sogar zurück. Ich glaube, ich gehe jetzt sogar zurück. Ich habe jetzt 49 Blöcke. Und dann baue ich jetzt gleich weiter. Okay. Zack. Mal hier hoch. Zack. Zack. So. Jetzt wird es wieder sehr dunkel hier. Man sieht halt da nichts. Ich kann vielleicht auch von draußen mal so eine Brücke irgendwann machen. Bin ich noch richtig? Ich habe keine Ahnung. Boah. Ich glaube schon, oder? Ich könnte auch an jeder Etage einfach so ein ein Loch machen, dass ich dann das Licht reinkommt. Das mache ich jetzt. Ich sehe halt nichts. So. Boah. Gut. Jetzt sehe ich wenigstens was. So. Dann mache ich hier immer ein Loch rein. Immer hier ein Loch rein. Bis ich Fackeln gefunden habe. Okay. Hier brauche ich ganz mehr. Nicht schon oben. Okay. Dann baue ich einmal weiter. Zack. Puppa. So. Hier noch. Ein paar Blöcke hinsetzen. Ich muss schauen, wie hoch ich das ist. Oh. Oh Gott. Das war knapp. Ich glaube, ich müsste noch zwei hoch. Zweimal. Zweimal Erde legen. Und dann kann ich, glaube ich, das doch schon drauf machen, oder? Ja. Zweimal. Genau. Ich mache jetzt auch hier direkt mal wieder die Treppe. So. Die Treppe. Und dann noch zwei hoch. Zack. Zack. Okay. So. Ah, ich sehe gerade, es reicht wieder nicht am Material. Da ist noch fünf Blöcke. Okay. Ja, jetzt muss ich wieder runter. Ähm. Ja, da muss ich noch wieder runter. So. Einmal runter gehen. Zack, zack, zack. Jetzt habe ich hier ehrlich Licht. Okay. Hier kommt wieder. Glaube ich. Hier mache ich wieder auf. So. Und hier auch wieder. Und hier auch. Ich mache es fast bei jedem Fall, ich hoffe, dass ich dann Licht habe. So. Schon bin ich unten. Dann baue ich nochmal ein bisschen Material ab und dann geht es direkt weiter. So. Kollege, geh mal schneller. So. Einmal oben. Einmal abbauen. Okay. Das einmal alles weg. Dann das hier. Zack, zack, zack. So. Das einmal alles abbauen. Ja. So. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020